so damit hallo und herzlich willkommen wieder zurück herrlich so welt baut gerade noch auf wir werden nach unten schleichen das hier fleißig weiter was wir haben ein großes vor mit der fahrung die hier entstehen soll da möchten wir natürlich viel basteln während die tippen fisch hier fleißig rumschwiebeln ja jetzt ist natürlich immer noch so die sache wo das ist ein bisschen weit weg das ist nicht ganz so weit weg das ist glaube ich so ein bisschen praktischer als das jetzt hier unbedingt bauen zu wollen denke ich mir so persönlich muss natürlich jeder anders muss natürlich jeder nicht also nicht jeder so sehen wie ich klar wir zwingen hier keinen dazu seine meinung irgendwie zu teilen oder beziehungsweise die selbe meinung wie wir zu haben das wäre ziemlich schräg ehrlich gesagt aber jetzt muss ich gucken müssen brücke bauen ja machen wir das so mit fichtenholz finde nicht gut das heißt wir machen steinpfeiler und machen holz oder holzpfeiler und holz eigentlich holzpfeiler ne das sehe ich auch so das heißt wir fangen schon mal hier an das soll keine hohe brücke werden nur so eine kleinere also hier so der anfangen und dass das reicht auch schon und dann eigentlich nur so her kann ich das aber auch eigentlich schon weglassen machen wir das mehr so steg mäßig würde ich sagen das finde ich gerade ganz toll die idee ja genau jetzt gerade finde ich sie ganz toll mal gucken was ich nachher darüber denke ich brauche dringend noch mehr von den stufen aber so finde ich das ganz okay so einen kleinen steg da kann man die fackeln dann drauf und bis zum versiegten ternen wären cool da muss glaube ich gar nicht genug für da brauchen wir metall auf jeden fall wir gucken gleich mal gucken ob wir schon die laterne basteln können ich habe voll eben knoten dazu gehabt so das sollte mal reichen was wollte ich jetzt gerade was wollte ich jetzt basteln ach ja laterne das ist dann wenn man alt wird ne denn dann hört es irgendwann auf so gucken laterne natürlich hat die sache sieht jetzt hier auch anders aus ne da ist er wir brauchen eisenklumpen ah ja ok wie kriege ich eisenklumpen ok das geht ja so eine davon ok das wird jetzt interessant weil ich zu wenig speicherplatz habe oh zu wenig platz man verdammt ich muss dringend was soll ich packen uuuhh stein nein ich brauche stein habe ich immer noch zu wenig platz herrk erde? ne die brauche ich selber was ist denn das hier? eichenholz ne habe ich auch noch hm noch irgendwas komm das Knochenmeer können wir hier mal reinpacken das brauche ich jetzt im Moment gar nicht das eisen brauche ich eigentlich auch nicht aber kann ich hier jetzt nicht mehr reinpacken also parken wir das kurz mal hier drinnen einfach nur so vorsichtshalber so und da raus und da raus machen wir nochmal schnell hier so ein paar das heißt haben wir zwei Plätze frei sehr schön und ich brauche definitiv ja ich brauche definitiv noch mehr davon ein paar mehr also so ein paar wäre wirklich nicht schlecht okay und ich gebe ihm sehr schön drei rechte aber auch noch nicht vier müsste reichen hoffentlich wobei machen wir sechs Stück das ist jetzt einfacher das so mal zu machen gleich so dann haben wir fast genug übrig für nochmal genau wunderbar die platzieren wir dann auch gleich mal da hinten wächst schon fleißig sehr schön wunderbar das können wir gebrauchen so schauen ja wir werden das noch ein bisschen auseinandersetzen das ist nämlich mir zu nah dran wenn wir jetzt fackeln benutzen sollten das ist jetzt hinten verstände das ist der wahnsinn geh weg so genau hier sieht dann besser aus weil dann ist es nicht ganz so nah dran also auch wegen den laternen ja so dann eins drei drei vier dann noch eins und da kommt das dann hin ja herrlich dann können wir nicht da dann auch jetzt dann die farm dran bauen ja auch mal ein bisschen was anderes ne eine farm hier draußen entsprechend aber warum nicht ne warum nicht genau warum eigentlich nicht das sieht irgendwie besser aus das sieht gut aus ja sehr schön wir sind jetzt an der seite fehlt ein bisschen licht aber wir werden das noch richtig ausleuchten dass wir hier nachts überhaupt keinerlei probleme mehr haben werden sehr schön das gefällt mir guck mal das sieht doch jetzt hübsch aus riesiger bereich hell erleuchtet schöne sache das und hier oben aber auch ne ja gefällt mir also man muss ja mal die türe zu und dann geht es ins bettchen wir sehen uns dann beim nächsten mal wieder bis dahin euer mr zocker ja